so ja na dann gehe ich direkt durch dann geh du mal durch ich lenke die hier so lange ab auf B au ich bin schon angeschossen aaaah dacke Feindrad A eingenommen C gesichert Zitzen Jawoll ich libt hier sehr gut so zu zert jetzt springt was wir sind an der Spitze fuuuck neben B ist einer Komme ich komme ich komme wir verlieren B fuuuck fuuuck fuck you Mann, das geht nicht so aus wie so ein Penner. Ne, da ist noch einer. Oh, ich bin auf A gespawnt. Wir verlieren auf C. B halten, B halten, B halten, B halten, B halten. Boah, lol. Oben im Loch war er. Ja, gut. Ja, gut. Komm schon. Klar, fisch der da hin. Kommt noch einer durch. Zwei durch. Komm B wieder. Einen tun wir nicht. Oh, ey, die durch. A kommt. A, B auch. Linke Seite kommt. A, hab ich einen? Hast du einen? Ja. Lepp mich. Boah, der Pimmel in meiner oben im Fenster, ey. Mach mir noch wieder eine klasse Taktik gewährt, logisch. Mann, Mann, Mann. Trophy B. Oh, Junge. Voll rum. Da sitzt er in der letzten Ecke, der Pimmel, ey. weh. Es hat eine Karte zu fangt, kann ich nicht. Ah, ich hab sein. Meierer feindliche Spionage Flugzeuge entdeckt. Wir verlieren Alpha. Wir erobern Weg. Da sitzt er ihm. mhm waaack Eihon hat schausten Leute da rein A A hab ich einen Wir erobern Alpha Das ist ein Feindliches Spionage Abwehrflugzeug im Anflug Hab ich die nicht weit genug geworfen? Damn Deine Ecke bei B sitzt da Fenster B bin ich drauf Jo Jo Aufklärung Ja schön Oha Ecke im Ecke drücken im direkten 1-7 Kommen wir da einer zu B Ja Hab ihn nicht Wir verlieren B Sichern doch Noch mal Ach da sitzt er Das war nur ne Leiche die ich erschossen hab Jetzt sind wir zu 5 drinne ey Ich hab einen Braber auf der Leute Hm Mh Kommen wir zu A Einer Ich hab das richtig gesehen hab Einer noch drauf auf A äh auf B Ich hab Eigentlich nicht Feindliche Vorräte unterwegs Wir nehmen Bravo ein Halbzeit Pornol ey Sammelpunkt wechseln die sind immer schneller bei B auf jeden Fall sichert das Zielobjekt A wird gesichert Bravo wird gesichert wir sind vorbeigezogen der Feind hat sich abgesichert feindliches Geschütz im Einsatz oh nein jetzt haben sie da wieder kein Geschütz reingestellt Bravo ist abgesichert das Geschütz steht äh vor C nein tun wir nicht habe ich oh fuck you einer kommt mit her einer kommt rechts zwei glaube ich sogar hinter mir der ist immer noch da bei A habe ich einen warum was habe ich denn für eine Ausrüstung drin als mir die Dings angezeigt wird oh alter das ist denn hinten wieder keiner am gelben van steht hinten links einer wir nehmen bravo einen mehrere feindliche Spionage Flugzeuge entdeckt nein da sitzt da noch einer ja danke f*** dich doch ey glaub wohl ich seh dich da durchs Fenster nicht ne meine Frisse naja von da Aufklärung oh von der Seite am Fenster ey jedes Mal sch*** noch einer drauf Spionage habe ich keinen Bock ich habe ihn nicht einen habe ich ist noch einer ich habe ihn nicht ich habe ihn nicht Abgelockt. Spionage ab, das Flugzeug verlinkt. Ich geh. Oh, ja. Ah, Laufheilung. A wird gesichert. Wir verlieren den Weg. Natürlich. Natürlich. Was auch sonst. Klar, hübsst du mich nicht. Genau, also. Sponship. Ja. 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 Alter. Ja, sieh durch. Spam erstmal den ganzen... ...Dingens da rein ey. Was für ein Idiot ey. Feindliche Vorräte sind in der Luft. Ja. Nein, hübsch. Bravo wird gesichert. Ja. Keine zweiten Chancen mehr. Alles oder nichts. Ja. Ja. Bravo. Feindliches Spionageflugzeug über euch in Position. Feindliche Vorräte sind in der Luft. Spionageflugzeug. Ja. Mann. Ja. 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 Ja.